Der Film ist endlich fertig. Ich häng grad. Der Film ist endlich fertig. Schönen guten Tag zusammen meine Damen und Herren. Ich bin Marty Smolinski, Speedway-Profi-Rennfahrer. Dieser Film erzählt mir eine unglaubliche Geschichte. Vom kleinen Jungen aus Olching, der geträumt hat in den Speedway Grand Prix zu kommen, bis in den Speedway Grand Prix. Herausgekommen ist Deutschlands größte Speedway-Dokumentation. 60 Drehtage in ganz Speedway Europa. Weltmeister, Schicksale und Niederlagen, alles in diesem Film. Mit dem Film ist auch zu sehen Ego Müller, der Weltmeister von 1983. Der Film ist fertig und im November wollen wir die Premiere feiern. Wir benötigen noch ein wenig Geld für den technischen Feinschliff und diverse Musikrechte. Und dazu brauchen wir eure Unterstützung. Sichert euch die Premieren-Tickets. Oder unterstützt uns mit einem anderen Dankeschön. Man darf natürlich auch mehrere Dankeschöns kaufen. Ich zähle auf euch. Wir sehen uns bei der Premiere. Auf geht's Jungs und Mädels. Unterstützt uns mit Dankeschöns. Auf geht's Jungs. Alles erledigt. Juhu. 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 Untertitelung des ZDF, 2020